Wir sind in der Gruppe und dann raus in den Stumpflerk und der Schuss ist da und raus über die Felsenbrücke und dann zurück ins Tal der Vampire. Dort werden die Gefangenen der Masuri einen ordentlichen Streifen verbreitet. Gänsehaut von Kopf bis Fuß für jeden Fragers, die er ein muss. Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Hey, du Geisterreiter! Sei mal still, weil das Schottelmonster, der dunkle Dämon, was erzählen will. Hier in Iropa's Christa!